Götze! Ach du lieber Gott! Das ist ja ein Riesenfußball! Und da kommt das nächste, Götze! Götze ist mit dabei, aber Götze macht es selbst! Das fass ich nicht! Das fass ich nicht! Das Spiel ist um! Da haben sie nicht genug Mann vor dem Ball! Der sieht ja nicht den Vorteil! Spiel! Götze! Götze! Aber war das ein Handspiel? Dortmund führt mit 1 zu 0 Mario Götze. Das fass ich nicht! 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 Wenn ich mich nicht mehr kommentar bin Das ist die Hamburger, der ist aufstehend! Das ist der Nr. 6. Technisches Problem bei Lewandowski. Götze, jetzt hat er ein bisschen Platz. Piszczek. Wieder Götze, wieder Götze mit Tempo! Und das Tor! Lewandowski, sie machen das wie letzte Saison! Götze! 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 2-3-0! Götze! Götze! Die Standards haben die Dortmunder ihre Probleme. Nach vorne sieht das dann so aus. Götze, 1-0! Götze! Ach! Das Tor! das Tor! Das Tor! Das Tor! Götze! 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 drin. E. La. 和え. La. 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 . . Der Mann ist in Anführungsstrichen nur noch um diesen 81-Punkte-Rekord. Trotzdem hat die Mannschaft gespielt als gegen zum Leben und Tod. Wie erklärt man diese Leistung, diese Gala? Mario, Mario, Mario! Mario! Und ich habe mal hier auf mir, den Götzer Jomit gespielt? Nein. Wo ist das? Ja. Sobald du den XS? XS. Ich glaube, das hat uns die ganze Saison schon ausgezeichnet. Und genau das ist auch was uns heute gut getan hat. Und Kevin hat das richtig stark gemacht. Ja, danke. Die ganze Mannschaft, denke ich, hatte die ganze Saison über die richtige Einstellung. So war es heute auch. Der Agilste in der letzten Viertelstunde, der Münchner. hat sich gelohnt. Ein Zaubertor. Götze. 6-2. Halbes Dutzend ist voll. Götze. Guter Doppelpass. Klasse gespielt. Götze. Wow! Jawoll! 2-0! Klasse! So geht Fußball! Toller Spielzug. Der mit Abstand Beste in dieser Partie bisher. Groß, große Götze. So kann man das machen. Und da sind's. Star Fox-Göếng. 2-0! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.